Oha, Freunde! Heute werden wir in Roblox wachsen! Wir werden als kleines Baby starten und dann werdet ihr sehen, wie der kleine Ucki zum alten Ucki-Opa wird. Lasst ein Like da unten und ein Abo auf dem Video und jetzt würde ich sagen, let's go! Freunde, heute spielen wir Roblox, aber mit jeder Sekunde werden wir älter und ich bin schon ein alter Opa. Aber wenn wir hier vorne auf die Wiedergeburt drücken, dann können wir, ähm, zum kleinen Baby wieder werden. Haha, schaut euch das an jetzt mit einem kleinen Baby, Leute! Einfach ein Baby, so lucky, du bist auch ein Baby! Na, okay, ich bin doch ein Baby, aber geil, wenn du ganz groß bist! Oh, jetzt bin ich schon zwölf Jahre alt! Okay, jetzt bin ich doch... Jetzt bin ich kein Baby mehr! Okay, ey, so lucky! Und solange wir alt werden, können wir hier richtig coole Aktivitäten starten. Lass uns mal hier drauf gehen und diese Rainbow-Treppe benutzen! Haha, let's go! Guck mal hier! Guck mal, unter mir einfach, hinter mir die ganze Treppe verschwindet, Leute! Und ich muss es versuchen, bis ganz, ganz nach oben zu schaffen, bevor ich komplett alt werde und nicht mehr gehen kann, Freunde! Aber gerade bin ich einfach 35, Freunde! Wie sieht man mit 35 aus? Okay, ich habe einen Bart bekommen! Wo ist denn, Lucky, ich habe einen Bart? Ne, ich habe auch einen Bart, Ugrich, ich bin jetzt 50! Jetzt sehe ich aus wie ein Vater! Wow, und jetzt bin ich 50! Ich habe schon Kinder, Ugrich, und eine Frau! Was? Du hast eine Familie gegründet? Ja. Okay, krass! Ey, aber, Samlacki, warte mal, jetzt sind meine Haare grau geworden, okay! Ey, Ugrich, wir können jetzt direkt wieder Wiedergeburt machen, ne? Ich habe jetzt wieder Wiedergeburt gemacht! Wow, ich sehe es und wir werden immer langsamer, umso älter wir werden! Oh, wir müssen es schaffen! Let's go! Wir haben es geschafft! Und wir sind einfach 77 Jahre alt und wir haben einen richtig langen Bart bekommen und graue Haare! Samlacki, wo bist du? Ich bin hier wieder ganz am Anfang! Ich habe Wiedergeburt gemacht! Denn wenn du mehr Wiedergeburt machst, dann kannst du schneller altern! Und stell dir vor, du wirst 1000 Jahre alt! Sollen wir das mal kurz heute ausprobieren? Oh, das wäre ja mal richtig krass! Aber weißt du was? Ich werde jetzt auch zum Baby und zack! Okay, Freunde, wir haben jetzt einen Sieg bekommen! Also einen Pokal haben wir! Was können wir jetzt mit dem Pokal anstellen? Warte mal, wir sind jetzt schon wieder 50 Jahre alt, Freunde! Und ich würde sagen, als nächstes, Samlacki, versuchen wir mal, dieses Labyrinth zu überstehen! Und lasst uns mal dieses Labyrinth überstehen, bevor wir 200 Jahre alt werden, Freunde! Denkt ihr, wir schaffen das? Und übrigens, vergesst nicht, ein Abo und ein Like dazulassen, falls ihr es euch getan habt! Und Samlacki, wo bist du? Ey, ich komme hier nicht weg, Junge! Dieses Labyrinth ist super schwer! Wo ist der Ausgang, Leute? Ich gehe mal hier lang! Alter, seht ihr das? Umso älter man wird, umso langsamer man wird, man! Das heißt, eben hätten wir verloren, wären wir noch älter geworden! Oh, wir sind schon so alt, Freunde! Oh, wir kommen hier einfach nicht raus! Was machen wir jetzt? Wir müssen es schaffen, Freunde, bevor wir 200 Jahre alt werden! Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir 200 Jahre alt werden! Oh, Freunde! Oh, okay, denn ich bin erst 60 Jahre alt, aber ist auch schon echt alt! Alter, guck mal, wie wir hier... Jetzt haben wir sogar schon einen G-Stock bekommen! Ey, und ich finde einfach nicht den Ausgang! Und ich kann hier auch nicht cheaten! Ich würde gerne nach oben... Oh, hier ist eine Sackgasse! Ernsthaft? Wir müssen jetzt einen Cheater, ne? Ohne Cheaten kommst du nicht weit! Oh, Freunde, was machen wir jetzt? Du bist schon 100 Jahre alt! Ich hab den Ausgang gefunden, du Noob! Nein! Und ich bin immer 100 Jahre alt! Du hast den Ausgang gefunden? Bist du links lang oder rechts lang? Äh, keine Ahnung, Okri, musst du selber finden! Ich bin jetzt wieder richtig klein! Und ich werde noch viel älter als du! Ist hier der Ausgang, Freunde? Bitte, bitte, bitte! Ne, ist eine Sackgasse! Ey, ich wurde geprankt, Leute! Ich darf nicht! Ich werde immer langsamer! Leute, Hilfe! Ich habe jetzt schon den Rollator! Jetzt habe ich schon einen Rollstuhl! 124 Jahre alt! Gibt das überhaupt zum Lucky? Wird man überhaupt zu alt in real life? Nee, ne? Äh, nein, Okri! Der älteste Mensch ist, glaube ich, 124 oder so! 124 ist der älteste Mensch geworden? Nein, niemals! Doch nicht so alt, oder? Ich glaube schon, das war eine Frau oder so! Ich bin mir nicht sicher! Boah, wie krass ist das denn? 120 Jahre! Wow! Okay, das ist heftig, Freunde! Aber der Durchschnitt ist bestimmt so bei 80 oder 85, oder? Was ist das denn, Lucky? Ja, nee, 85 Durchschnitt ist schon sehr krass, Okri! Oh, Mann! Ich bin fast 200 Jahre alt! Schaut euch mein Gesicht an! Was ist das? Habe ich für ein Gesicht an? Hä, ist das eine Maske oder ist mein Gesicht einfach jetzt ein Schrumpel... Was ist das? Was habe ich für ein Gesicht bekommen, Leute? Hey, sobald du da feststeckst, Okri! Oh, hier ist ein Apfel! Was macht ein Apfel her? Oh, Mann! Ich komme hier nicht raus, um den Labyrinth! Ich habe gesagt, wo der Ausgang ist! Junge, Okri, woher soll ich das denn wissen? Hä? Ich werde es nicht schaffen! Ich werde wahrscheinlich draufgehen mit 200 Jahren! Und jetzt, Leute... Junge, was bin ich? Bin ich jetzt ein Doppelschrumpelkopf, oder was? Leute, ernsthaft? Ich muss es schaffen, bevor ich 200 Jahre alt werde! Bitte, bitte, bitte! Kommt schon! Kommt schon, Leute! Ich brauche den Ausgang! Wo ist der Ausgang? Wir werden jetzt langsam 200 Jahre alt! Hört ihr das? Meine Stimme! Ich kann kaum noch reden! Ich habe keine Kraft! Wie sehe ich denn aus? Alter, so Lucky, ab 200 Jahren! Du siehst einfach aus wie ein Alien, Junge! Was ist das denn? Ey, ich bin gerade 116 schon, ey! Ich bin so hart! Leute, ich finde den Ausgang nicht! Es reicht mir! Ich kann nicht mehr! Oh, wir sind schon wieder ein Baby! Wir sind ein Baby! Okay, Freunde, welche Herausforderung nehmen wir uns als nächstes vor? Ich würde sagen... Ja, guck, wenn du nur mein Baby bist und Roblox heißt nicht, dass du reden sollst wie ein Baby! Doch! Ah, jetzt bin ich 10 Jahre alt! Okay, jetzt bin ich wieder normal alt! So, lass! Ja, hier ist einer, der ist 5000 Jahre alt! 5000 Jahre? Was? Ja, er sieht aus wie Darth Raider! Guck mal hier, jetzt bin ich Teenager, Jugendlicher! Oh, 18 geworden! Let's go! Ey, mit 18 trau ich mich alles! Mit 18 bin ich erwachsen, Freunde! Und jetzt trau ich mich auch hier nach oben! Und... Alter! Leute, der hat einfach 1000 Jahre hinter sich! Wie krass! Oh! Seine Augen... Seinen Augen geht es gar nicht gut, Leute! Guck mal, die sind einfach lila geworden! Okay, das ist krass! Okay, das ist krass! Ey, weißt du was? Ich werde jetzt die ganze Zeit altern! Ich werde viel älter als du! Ey, ich habe bisher nur einen Sieg, Junge! Ah! Ich bin runtergefallen! Oh nein! Ey, Freunde, denkt ihr, ich schaffe dieses Level hier über das Glas bis zum Ziel zu kommen, bevor ich 300 Jahre alt werde? Ich glaube, ich schaffe das, Freunde! Kommt schon! Okay, ich gehe mal rechts an! Nein, das geht nicht! Ich habe... Und? Ey, rechts war falsch! Ernsthaft? Och, okay, Leute! Ich glaube, ich schaffe es doch nicht! Ich schaffe es, glaube ich, doch nicht! Ey, das ist dieses eine Game von Squid Game! Ey, Samlaki, wo bist du gerade? Bei was für einem Game bist du? Ich bin hier bei, äh, Game nur für coole alte Leute! Was? Okay, ey, was? Ja! Samlaki, du spielst gerade Golf? Junge, ich sehe aus wie ein Alien, Okri! Ich habe 200, Alter! Ja, ja, okay, ja, ich sehe auch aus! Okay, rechts ist richtig! Okay, Freunde, was würdet ihr jetzt sagen? Ich sehe es dir sehr aus, Junge! Ey, Samlaki, ich will echt gerne sehen, wie du aussiehst! Okay, wir müssen jetzt entscheiden! Schnell, 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 schnell! Ich bin hier oben, Okri! Ah, ich bin runtergefallen! Wo bist du, Okri? Warte, Samlaki, ich sehe dich! Du bist nach vorne im Rollator! Ey, ich komme zu dir! Komm, wir werden immer langsamer! Oh, nein! Der Typ hier vor uns! Ich bin schon richtig alt! Ich bin schon 52 Jahre alt! Warte mal, wie sehe ich denn bitte sehr aus! Komm, hier hoch, Samlaki! Guck mal, hier vorne! Ich sehe dich nicht! Hier oben, Junge! Nein, ich sehe dich, Okri! Schau mal, ich habe eine Maske an! Ich bin nicht! Du siehst aus wie der Imperator von Star Wars! Das ist Top City! Ha! Top City ist einmal geworden! Okay, Freunde, jetzt müssen wir hier rüberspringen, bevor wir zu alt werden! Ey, nein, ich habe nicht gesehen, wo der hier lang ist! Warte mal! Ich bin gleich 300 Jahre alt! Links oder rechts? Links! Nein, links war falsch! Oh, ich bin so langsam! Ich komme da gar nicht mehr hoch! Und nein, Freund, ich werde auch super alt! Wo lang bist du hingesprungen? Links oder rechts, Okri? Komm, verraten wir es bitte! Ähm, sag ich dir nicht, Samlaki! Du musst selber wissen, wo du hinspringen musst! Du ehrenloser Junge! Junge, Samlaki! Aber warum hast du keinen Rollstuhl mehr? Hm, äh, keine Ahnung! Äh, ich werde so alt, dass ich stark werde! Ich bin doch eben da hingesprungen, Leute! Warum bist du... Das hat sich jetzt wieder verändert? Was? Das resetet sich immer, Okri, du kleiner Noob-Junge! Ok, wisst ihr was? Vorher war ich jetzt nochmal in der Wiedergeburt! So, zack, jetzt bin ich wieder ein kleines Baby! Jetzt werde ich doch älter, Freundin! So, let's go! Haha, ich bin kleines Baby! Okri, Junge, wie sehe ich bitte sehr aus? Hä, warte mal, ich will mal zu dir kommen, Samlaki! Zeig mal her! Wie siehst du aus? Oh, ich bin... Ich bin... Ich hab... Ich hab 10 Augen! 10 Augen? Hast du... Alter, mutiert man, wenn man so alt ist, oder was? Ich hab 10 Augen, Junge! Ja, man mutiert... Ich hab so eine Todesmaske! Junge, als ob du einfach mutiert bist, Samlaki! Laber nicht! Okri, meine Knochen tun so weh! Der ist ja einfach 4000 Jahre alt, Junge, was? Ey, Leute, heute müssen wir mal super, super alt werden! Aber ich seh cooler aus, finde ich! Denkst du, wie es schaffen ist, 10.000 Jahre alt zu werden? Ey, Leute, das müssen wir unbedingt schaffen! Schau mal, wie ich aussehe, Okri, schau mal, wie ich aussehe! Junge, du siehst aus wie ein Super-Elter, Alter! Warum springst du nach rechts, Junge? Das ist doch eine falsche! Hä, der eine ist nach links gesprungen, das war falsch bei ihm! Komm schon, bitte! Ja! Nur noch eins! Rechts oder links? Ey, Leute, ich geh links an! Und? Nein! Nicht dein Ernst! Ich hab's fast geschafft! Jebbel, du kleiner, fetter Noob, Okri! Och, jetzt hör auf mich zu beleidigen, Simlaki! Ich bin hier gerade, ich bin 50 Jahre alt, ich könnte dein Vater sein, Simlaki! Hä, ich könnte dein Opa sein, Okri! Was glaubst du? Oh, stimmt, du bist 300 Jahre alt! Okay, also, so, hier lang, hier lang! Falsch! Haha! So, ich weiß, was das richtig ist! Es ist rechts lang! Zack! Haha, ich hab's geschafft! Let's go, Sieg! Ich hab jetzt meinen zweiten Sieg, Junge! Drei Siege schon insgesamt! Was, was, gibt nur einen Sieg, Okri? Boah, Junge, ich bin so krass, Alter! Und gleich hab ich schon wieder ein Baby werden, wenn ich 90 Alter erreicht habe! Okay, weißt du was? Wir machen Challenge, Okri! Was machen wir für eine Challenge, Simlaki? Komm mit auf diesen Tower des Todes! Tower des Todes sollen wir jetzt? Oder warte, warte, warte! Ja, guck mal, wo der ist! Ey, 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 lass mal das hier! Dieses Spiel ist, ah, super! Nicht großartig, schlecht! Okay, wir machen super! Ne, ne, ich mach jetzt hier das, ist egal, Okri, komm nicht zu dir! Was ist die Hauptstadt von England? Ey, das, ey, das weiß ich, natürlich London, Junge! Das ist doch easy, Leute! Ich mach in Bangladesch! Was laberst du, Simlaki? Simlaki, wer hat die Theorie der Schwerkraft erfunden? War das George Washington? Ey, die, wenn du das nicht weißt, bist du richtig genug! Ich weiß, wer es war, es war Isaac Newton, aber der Typ hat mir das einfach weggestehen! Hör auf da zu drücken, Junge, du machst alles falsch! Was wäre los, Junge? Der macht alles falsch, Leute! Der ist verrückt, der macht dir alles falsch, Junge! Du bist 800 Jahre alt und weißt trotzdem nichts vom Leben! Okay, dieses Spiel ist super! So, zack! Ja, ich bin runtergefahren, weil ich zu alt bin! Okay, egal, Freunde, wir können wieder wiedergebunden machen! Let's go! Haha! Und jetzt will ich sagen, Simlaki, spielen wir das nächste Spiel! Das nächste Spiel ist, Leute, der Button Level Medium! Okay! Was ist das jetzt, Okri? Wir müssen einfach nur draufdrücken! Wir müssen da tausend mal draufdrücken! Mehr nicht! Ist gar nicht schwer! Ist gar nicht schwer, Simlaki! Ich helfe dir, Okri, ich helfe dir! Helf mir, Simlaki! Helf mir! Komm hierhin! Ich helfe dir, Okri! Junge, du bist 500 Jahre alt, wie willst du mir helfen, Simlaki? Du kannst dich nicht mehr bewegen! Natürlich, guck mal, wie schnell ich tippen kann! Ich tippe mit meinen Knochen! Tipps mit deinen Knochen, Junge, die funktionieren gar nicht mehr! Ey, hilfst du mir überhaupt zu blockieren? Er schreibt YouTuber! Schau mal, Okri! Lol! Denkst du, der kennt uns? Nein! Ich glaube auch nicht, Junge! Der ist viel zu alt, der schaut uns gar nicht mehr! Mit 200 Jahren würde ich dir keine Roblox mehr schauen, sage ich dir ehrlich! Hm, doch, Okri! Roblox ist für kein bestimmtes Alter! Roblox ist Leben, Leute! Roblox ist Alter! Roblox ist Leben! Egal, wie alt ihr seid, ich werde sogar mit 100 noch Roblox spielen! Ulrich! Ulrich? Okay, Freunde, mein YouTube-Name ist ab jetzt Ulrich! Let's go, Digi! Ja, Okri, du bist alt geworden, deswegen heißt du jetzt Ulrich! Ich heiße nicht mehr Okri, Leute, mit 50 Jahren heiße ich Ulrich und ich war Okri! Let's go! Okay, jetzt müssen wir noch ein paar Mal draufdrücken und dann haben wir es schon erreicht, Freunde! Alter, das dauert so lange! Okri! Ja, ich bin's, Leute! Der hat mein Name richtig geschrieben! Leute, jetzt fragt ihr, ob wir ein Video machen! Natürlich machen wir ein Video! Ihr Mann, Oskar Roblox, das ist ja, du uns kennst, Bro! Ich küsse den Herz, Digi! Danke dafür, Junge! Du hast bestimmt auch schon ein Like da gelassen! Die anderen haben noch kein Like da gelassen! Also, falls ihr noch kein Like da gelassen habt, dann lasst jetzt ein Like da! Und jetzt kommt schon, Freunde! Wenn man das hier zu Ende! Wenn man das hier zu Ende! Kommt schon, nur noch 50! Wie viele Siege kriegt man da, Okri? Ich weiß nicht, aber das Level... Let's go! Ich hab's geschafft! Und ich hab gar keinen Sieg bekommen! Ich hab auch keinen Sieg bekommen! Leute, wir haben jetzt umsonst da tausend Mal draufgedrückt! Ernsthaft! Ey, das haben wir fünf Siege irgendwie! Aber ihr habt nichts bekommen! Oh, ich hab auch nichts bekommen! Ey, weißt du was, Okri? Ich mach Autoklicker an! Okay, Freunde, ich würd sagen, dann spielen wir jetzt das nächste Level! Ich mach jetzt Autoklicker an! Reicht mir! Nee, reicht mir! Eskalation jetzt! Ey, komm mal hier vorne hin! Komm mal hier vorne hin! Was ist das hier vorne? Jetzt heißt es Exkalation! Jo, als ob du jetzt Autoklicker machst, dann Blacki! Autoklicker, zack! Zack, schau! Autoklicker, Autoklicker! Hehe! Hehe! Wow, wie schnell machst du das, dann Blacki? Krass, Mann! Ja, jetzt klicke ich alleine! Kein Autoklicker! Haha, heftig, Junge! Okay, Freunde, ich würd sagen, wir sind acht Jahre alt! Und jetzt spielen wir das Ziluka Level Hard! Turn your sound up! Okay, wir müssen unser Sound einstellen! So, Freunde, dann würd ich sagen, let's go! Wir haben jetzt einen Sound drin! Mal schauen, was passiert! Wir spielen jetzt dieses Spiel, Freunde! Wir brauchen mehr Siege, okay? Wir können nicht jedes Spiel spielen, wir brauchen erstmal ein paar Siege! Okay, bei diesen 10.000 Klicks, ne? Bei den 1.000 Klicks, da kriegt man einfach, Junge, da kriegt man einfach fünf Siege! Und ich mach Autoklicker drin! Komplett OP-Bug! Was? Dein Ernst, Simlaki? OP-Ukri, OP-Bug von Simlaki! Okay, egal, ich mach diesen Parcours, dann bekomm ich bestimmt auch nicht für die Siege! Und Leute, denkt ihr, wir schaffen den mit 50 Jahren? Denkst du, wir schaffen den? Ich schaff den auf jeden Fall! Und guck mal hier! Du schaffst gar nichts! Warum bekommst du eigentlich mit 50 Jahren so freshe Haare? Ja, ey, die sind viel zu fresh, ne? Ja, die sind voll fresh, Junge, für 50 Jahre! Freunde, schreibt mal in die Kommentare, welches Alter ist am besten! Und wir müssen hier schnell den Parcours machen, bevor wir zu alt sind! Freunde, nein, was? Ich bin runtergefallen! Hey, da war eine Unsichtbare! Ich dachte, ich schaffe es, Freunde! Ich dachte, ich hol mir den Sieg und dann fahre ich da einfach runter! Warum, Leute? Warum? Jetzt kann ich gar nicht mehr gehen, jetzt bin ich super langsam! So, Freunde, wir haben jetzt sogar Oscars Anfrage angenommen! Das ist unser Freund! Und deswegen schaffen wir das jetzt hier vorne! Und zack, 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 kommt schon! Wir sind 60 Jahre alt! Und wir müssen es jetzt schaffen, bevor wir super alt werden, Freunde! Diesmal schaffen wir es! I'm lucky! No! Wow, das war so knapp! Alter, das wird immer schwerer, umso älter man wird! Das wird immer schwerer, umso älter man wird! Wow! Okay, let's go, let's go, let's go! Okay, jetzt hier rüber! Zack, zack, zack! Ja, let's go! Okay, wie war das hier vorne, Freunde? Ich glaube, ich bin hier zweimal über blau und hier bin ich einfach runtergefallen, Freunde! Als ich hier lang wollte, bin ich einfach runtergefallen! Okay, ich würde sagen, gehen wir einfach links lang! Ich bin gleich 1000 Jahre alt, Ukri! Oh, das hat funktioniert! Ja, wir sind weiter, jetzt müssen wir hier super aufpassen! Ukri, willst du nicht sehen, wie ich 1000 Jahre alt werde? Oh, doch, 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 Samlucky! Ich schau gleich, aber ich muss ja erstmal dieses Level hier schaffen! Das ist jetzt, Ukri! Ich schaffe dieses Level erstmal hier vorne! Oh, okay, Freunde, wir sind 90 Jahre alt! Das wird immer schwerer, das wird immer schwerer, aber wir müssen es schaffen! Komm schon, bitte, bitte! Nicht runterfallen, nicht runterfallen! Hauptsache nicht runterfallen! Okay, jetzt einfach nach vorne! Ich bin gleich 1000 Jahre alt! Ich habe drei Siege schon wieder! Jetzt können wir noch mehr als Spiele spielen! Okay, Alter, Samlucky, zeig mal her, wie du jetzt aussiehst! Ich bin 1000! Schau mal, das Mädchen ist auch älter! Ja, bei einem Mädchen sieht es auch anders aus, wenn die älter wird, ne? Schau mal, hier mit 30 hat die lange Haare, die andere Haare! Stell dir vor, guck mal, die kriegt gleich weiße Haare! Junge, warte mal, ich frage mich, wie du ab 1000 aussiehst! Wow! Jetzt hast du auch diese Lieder im Auge, Junge! Wie krass sieht das aus? Ich bin der Imperator, Ukri! Okay, lol, die kennen mich einfach falsch, die schreiben einfach Ukri! Okay, wie cool ist das denn, bitte sehr! Ey, ich würde sagen, sollen wir hier für drei einfach hier sowas öffnen? Ein Pad, Alter, lass uns mal ein Pad ziehen! Vorhin, wir haben hier einfach was rausgezogen und schaut euch das mal an! Wow! Warte, können wir jetzt ausrüsten? Inventar? Ausrüsten! Jetzt haben wir hier einfach was ausgerüstet, Leute, und das sind... Ja, ich habe jetzt einfach hier so Partikel! Haha, wie cool ist das denn? Ukri, du wirst belagert von Fans! Leute, was geht hier ab? Warum sind hier so viele? Oh Mann, ich bin super alt! Okay, komm schon! Und nochmal hier, zack! Jetzt bin ich wieder super schnell! Junge, wie cool ist das denn? Nein, Ukri, wir machen Wettrennen, du bist gar nicht so schnell, schau! Junge, bist du immer schneller als ich, Ukri, was redest du? Ja, warte, als Baby bin ich auch noch nicht schneller, warte mal, jetzt bin ich schneller! Schau, ich sage, let's go! Okay, warte mal, lass mal testen, nein, bist du nicht schneller! Komm, komm, hier, wir starten gleichzeitig, ja? Okay, wir machen jetzt den krassesten Parcours, den wir jemals gemacht haben, der ist very hard, Leute! Deadly Orby heißt der! Denkt ihr, wir schaffen den? Safe, Junge, wir sind jetzt mitten in den 20er Jahren! Zack, 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 Junge, jetzt schaffen wir es! Wir sind super schnell, weil wir noch so jung sind, oh, let's go! Oh, okay, das ist richtig gefährlich, hier dürfen wir nicht auf die Laser, nicht auf die Laser, Leute! Let's go, let's go! Nein, ich bin draufgegangen! Okay, wir versuchen es nochmal, wir versuchen es nochmal, bevor wir super alt werden, bevor wir super alt werden! Zack, 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 let's go, wir haben es geschafft! Und jetzt hier entlang, okay, das ist easy, Freunde, das ist easy, kein Problem für uns! So, zack, an diesen Sternen des Planeten Saturn entlang und jetzt hier rüber, ganz nach oben! Das schaffen wir auch, Freunde, das schaffen wir auch, Junge! Komm, schnell, bevor wir super alt werden, Freunde, wir müssen es schnell machen, 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 wir müssen es schnell machen! Let's go, Junge, Speedrun! Speedrun-Modus, jetzt hier nach oben und hier nach oben, let's go! Ja, perfekt, Freunde, jetzt sind wir 50 Jahre alt! Wir schaffen das einfach, bevor wir 100 werden, oder? Okay, da vorne ist das Ende, da vorne ist das Ende, denkt ihr, wir schaffen das, Freunde! Schreibt ihr, die kommt da jetzt, ob wir es schaffen oder nicht! Okay, das ist richtig knapp, das ist richtig knapp! Wir müssen uns hier beeilen, bevor wir super alt werden, weil ich glaube, wenn wir alt sind, können wir hier nicht mehr rüber springen! Versuchen es trotzdem! Okay, so, funktioniert schon mal gut, nicht schlecht, nicht schlecht, so, zack, zack, zack! Hä? Warte mal, warum ist da vorne noch ein Ball? Ich check's nicht! Ich glaube, ich muss einfach hier hin, nicht aufs Rote! Alter, wie schwer ist das denn? Nein, no way! Okay, du schufst das, Junge! Wie soll ich das schaffen? Alter, ich habe super Angst! Ja, du musst, du musst älter werden! Okay, so, so! Oh! Oh! Ich habe super Angst, Digga! Ich habe super Angst, Bo! Bitte, bitte, schaffe ich das, bitte schaffe ich das! Und zack, zack! Ja! Ich habe es geschafft, Junge, let's go! Let's go! Oh, jetzt einfach rüber hier! Einfach rüber hier! So, das ist easy, das ist easy! Okay, warte mal, was ist das hier? Was ist das hier, Freunde? Komm schon, wir dürfen nicht 100 werden, sonst werden wir super langsam! Okay, und hier lang? Ey, ich mache das hier alles sicher! Ich mache das hier alles sicher! Nein, Okri, du musst weilen! Ich beeile mich doch, Junge! Okay, und jetzt... Ich bin ja 1200 Jahre alt! 1000... Alter, du bist ein richtiger Opa, Simlaki! Was für Opa, Junge? Ich bin eigentlich schon tot! Du bist ein ur-ur-ur-ur-ur-groß-Opa! Guck mal, da unten bist du! Schaust du mir zu, Simlaki? Du musst es schaffen, du musst es schaffen, ne? Oh, ich gebe doch mein Bestes, Simlaki! Können wir hier direkt rüber? Ich bin auf deiner Seite! Okay, vor allem, wir riskieren es! Können wir hier direkt rüber, bitte! Riskieren! Soll ich es riskieren? Okay, komm schon! Ja! Ich habe es geschafft! Und jetzt... Nein! Was? Ich habe ganz am Schluss verloren! Ernsthaft? Okay, du Noob! Oh nein! Habt ihr das gesehen? Wir haben es fast geschaffen! Wir haben einfach verloren! Freunde, heute spielen wir... Drücke nicht den Knopf mit Simlaki! Und jemand hat den Knopf gedrückt! Ernsthaft? Jemand hat den Knopf gedrückt? Jetzt sind wir hier in einem Labyrinth gefangen! Und wir müssen den Ausgang finden in 35 Sekunden! 4 Sekunden! 3 Sekunden! Oh nein, nein, nein! Die Zeit schwindet! Die Zeit schwindet! Freunde, wo komme ich raus? Wo komme ich raus? Ach, ich habe einen Trick! Simlaki... Äh, warte mal! Bist du gerade hochgeklettert? Äh, ja, Ugri! Ich habe einen Ente-Haken! Haha, ich habe einen Ausgang! Let's go! Was? Du hast einen Ausgang gefunden? Wo ist der denn? Äh, doch, ich habe ihn nicht, Ugri! Ich kletter hier auf Bäumen rum! Oh Mann, wir haben nur 10 Sekunden Zeit, Simlaki! Nein, wir gehen drauf, Ugri! Fünf! Vier! Nein, Freunde, lass einen Like da, bevor ich draufgehe! Wir haben es nicht geschafft, Freunde! Wir haben verloren! Und schon wieder hat jemand den Knopf gedrückt! Hört doch auf, den Knopf zu drücken, Leute! Es passiert nichts Gutes an! Was passiert denn jetzt hier? Oh nein, ein Gewitter! Ah! Ah! Was? Was für ein Laser? Oh nein, ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Wie soll ich denn in die Laser springen, wenn ich nichts sehe? Oh, okay! Ich habe es überlebt! Ich habe es überlebt! Alleine mit diesem Mädchen! Okay, und zack! Haha! Und ich bin der Gewinner! Let's go, Freunde! Ich bin der Einzige, der noch überlebt hat! Und jetzt werde ich das hier auch schaffen! Let's go, let's go, let's go! Laser kommt, Laser kommt! Und rüber springen! Ey, Freunde, das ist alles nur, weil ihr ein Abo da gelassen habt! Und ein Like, Freunde! Vielen, vielen Dank! Für 10.000 Abonnenten übrigens! Wir sind einfach schon 10.000, Leute! Dankeschön! Und all die, die ein Like da gelassen haben, jetzt auf diesem Video! Ihr seid die Besten! Oh nein! Und rüber! Ey, schau mal, wie lange ich das überleben kann! Was ist los, Simlaki? Du bist so gut, Okri! Oh ja, ich bin der Beste! Boah! Das ging echt lange! Aber weißt du was? Jetzt drücke ich den Knopf mal! Haha! Ich habe mich gedrückt! Hast du das gesehen, Simlaki? Oh! Du bist auch... Okri! Oh, was ist denn das für ein Level? Oh nein, wir müssen hier rüberspringen! Oh nein, oh nein, oh nein! Und, und, und! Rüberspringen! Okay, Freunde, das schaffen wir easy! Das ist doch nicht schwer! Einfach da rüberspringen, mehr nicht, Junge! Natürlich ist das nicht schwer! Alles ein zweiter Okri! Ach, keine Sorge! Komm nicht mal ran an mich! Haha! Let's go! Und jetzt rüber zur Giste! Ey, Leute, denke ich, wir schaffen den Sprung! Und... Ah, nein! Ups! Äh... Ja, das... Das... Äh... Ah, egal! Das ist... Wir vergessen das, Freunde! Und dann schon wieder hat jemand den Knopf gedrückt! Ernsthaft? Was müssen wir denn jetzt machen? Liefere die Pizza zum richtigen Haus! 75! 75! 75! Okay, wo ist 75? Ich habe Pizza 75! Wo ist 75? Da hinten! Da hinten! So! Zack! Haha! Ich habe es geschafft! Ich habe es zum richtigen Haus geliefert! Ich war der Erste! Oh, nee, das Bildchen war vor mir! Let's go, Freunde! Okay, das Level war easy! Dieses Level wollte uns zumindest nicht umbringen, als wir den Knopf gedrückt haben! Aber mal schauen, was beim nächsten Mal passiert! Ich hoffe, nichts Schlimmes! Samlaki, was... Warum hast du eigentlich einen Enterhaken? Äh, weiß ich nicht! Oh, klar habe ich geschenkt bekommen! So, und draufdrücken! Haha! Oh, was ist kommend jetzt für Level? Oh, nein! Oh, nein! Ich habe das Gefühl, umso öfter wir auf den Knopf drücken, umso krassere Level kommen! Und, Leute, ich würde sagen, wenn du dir einen Enterhaken gekauft hast, wir müssen hier über die Laser springen... Schau mal, wo ich bin! Schau mal, wo ich bin! Hä? Du cheatest, Samlaki! Ich habe mich mit dem Enterhaken oben festgemacht! Oh, Mann! Dein Ernst! Oh, nein! Oh, nein! Na, wie ist es so unten, Okri? Äh, nicht gut, nicht gut! Ich bin der Einzige, der noch hier überlebt! Und, Samlaki, du cheatest halt wirklich... Ah! Viel Spaß! Und... Ah! Mit dem Laser! Mir geht es doch gut hier oben! Ah! Oh, Mann, ich habe so Angst, ich habe so Angst! Nein! Okay, alles gut, alles gut! Das hat mich gerade... Richtig, wann wird das, dass das so viele Laser waren? Was ist das denn für ein Level? Das ist extrem schwer! Das ist extrem schwer! Aber vorher, keine Sorge, wir schaffen das! Und ich wollte sagen, dass wir uns am Schluss, Freunde... Ein riesen, riesen... Wir werden uns auch was kaufen! Wir kaufen uns dieses Jetpack, ganz ehrlich! Wenn Samlaki sich einen Enterhaken holt, dann holen wir uns später das Jetpack! Aber sowas! Von damit wird er nicht rechnen! Aber verrate es ihm nicht, Freunde! Dann wird er schon überrascht gucken, ne? Wenn ich hier... Oh, okay, was müssen wir jetzt machen? Ich wurde direkt am Anfang weggeschleudert! Ernsthaft! Ich konnte nicht mal reagieren! Ich auch, Okri! Äh, nee, ich lebe noch, Okri! Ich werde jetzt... Oh, das warst du bestimmt! Ey, Mann, ich wollte das Level aussetzen, das war aber bestimmt richtig cool! Weil ich... Oh, du cheatest schon wieder, ernsthaft! Ich snipe die alle von oben! Hehe! Hä, aber das ist so ein cooles Level und ich kann das jetzt einfach nicht spielen! Ich wollte auch ein paar runterkicken! Vor allem dich, Junge, weil du kleiner Cheater einmal hier oben bist! Schau mal, ich bin über dir! Und ich muss zuschauen! So, Freunde, jetzt hol ich mir auch was richtig krasses! Portalgun, hey, die ist nicht cool! Okay, wie viel kostet das hier? Boah, 250 kostet einfach dieser Endehaken von unserem Lucky! Ich würde sagen, wir holen aber, wir übertreiben komplett! Wir holen uns das Jetpack! Wir holen uns gleich das Jetpack! Bei 500 Likes holen wir uns das Jetpack! Ne, okay, Freunde, das ist ein bisschen viel! Lass mich kopieren, Okri! Achso, was müssen wir machen? Kopieren? Okay, Freunde! Äh, äh! Okay, hier, Rot, Mann, da Rot machen! So, let's go! Okay, nach Grün kommt Rot, dann kommt hier Grün hin, okay! Da bleibt ernsthaft! Hey, hallo! Ich bin fertig, Gewinner! Wie konntest du so schnell fertig sein? Ja, wahrscheinlich wegen dem Endehaken, ne? Ey, wir sollten beim Endehaken bitte sehr geholfen haben, Okri! Das gibt gar keinen Sinn! Eine Flur-Wolke, ey, das hol ich mir, Freunde, das hol ich mir! Wie cool ist das denn, bitte sehr! Okay, Freunde! Weh, ne, eine Seite! Weißt du was, ich will einfach... Keine Seite und geht ganz nach oben! Äh, ich wähle auch blau, weil... Blau ist meine Lieblingsfarbe! Let's go! Ich wusste jetzt, dass blau richtig ist! Und ich bleib... Warte mal, sollen wir bei blau bleiben? Ich weiß nicht, oder? Wir holen jetzt einfach unsere Wolke! Let's go! Ha-ha! Guck mal, was ist das Wunder, bitte sehr! Yo! Und blau war schon wieder richtig, Alter! Let's go! Tja, Sablaki, damit hättest du nicht gerechnet, ne? Ich glaube, das ist richtig, wo die meisten Leute sind, schau mal! Guck mal, was war... Äh, was ist denn jetzt bitte sehr richtig? Blau ist schon wieder, guck, blau, blau! Ja, wusste ich! Oh, Mann, aber weißt du was? Wir mussten da gar nicht mitmachen, weil wir haben unsere fliegende Wolke! Haha, Sablaki! Ah! Ey! Was ist jetzt passiert? Hör, Sablaki! Okay, okay! Junge, was passiert? Einer hat den Knopf gedrückt und hat einfach die Zeit eingehalten, Junge! Loll! Warte mal, lass doch nochmal drücken! Wir sind auf einem Grill! Was zum Geier! Aber, warte mal, Leute, wir haben ja unsere fliegende Wolke! Und, oh, pass auf, hier wird's richtig heiß auf der einen Seite! Ich glaube, wir müssen der heißen reiten! Ah, Sablaki, du wirst verbrennen! Oh nein, hier wird's auch heiß! Ich darf nicht zulassen, dass wir hier gegrillt werden, Freunde! Ich glaube, das ist das Ziel! Es gibt hier vier Seiten! Und auf jeder Seite wird immer richtig hart erhitzt! Und wir dürfen halt nicht auf der heißen Seite sein! Weil, deine Ecke ist voll kalt, Okri! Oh, äh, dein Ernst? Du bist halt jedes Level nur am Cheaten! Wir brauchen mal ein Level, wo du mal verlierst! Oh nein, es wird heiß! Aber wisst ihr was? Ich hab ja auch meine Wolke! Deshalb fliege ich auch eine Runde! Let's go! Haha! Oh, Mann, das ist so cool! Und der oben, der ist einfach draufgegangen bei so einem Easy-Level! Man muss halt einfach nicht gegrillt werden! Das ist doch nicht so schwer! Ich mein, ihr seht doch keine Würstchen, die gegrillt werden! Oh, die drück auf den Klopf! Boom! Oh, was denn? Fallen sie nicht ab? Nicht abfallen sie, Blackie! Nicht runterfallen! Oh nein, der Würfel bewegt sich! Wir dürfen nicht in die Säure fallen! Wir dürfen nicht in die Säure fallen! Das ist ganz so gar nicht gut! Oh nein! Okay, hoch, hoch, hoch! Let's go! Okay, sehr gut! Oh nein! In welche Richtung grittet er sich jetzt? In die hier? Ich bin runtergefallen! Dein Ernst, Blackie, was bist du denn für ein Loops? Du hast sogar mit dein Entehaken verloren, oder was? Ey, nein, Spaß! Ich bin hier! Ey, dein Ernst, du hast dich hier oben wieder festgegangen! Oh Mann, du bist so ein Cheater, aber ganz easy! Guck mal, das lernt jetzt auch wieder mal easy! Oh nein, das dreht sich ein bisschen in die andere Richtung! Was? Wie dreht es sich das jetzt bitte sehr? Oh nein! Oh nein, oh nein! Okay, immer hier oben bleiben! Immer hier oben bleiben! Aus Sicherheit habe ich meine Wolke in der Hand, weil, falls irgendwas passiert, dann werde ich die einfach aktivieren, Freunde! Dann bin ich immer auf der sicheren Seite! Aber das Ding ist, ich fliege eigentlich um die Cheater! Okay, Freunde, ich muss die aktivieren! Ich muss das die aktivieren! Haha! Mich kriegt niemand! Du nennst mich Cheater! Samlaki, du bist die ganze Zeit schon am Cheat! Und hier backt alles rum! Ey, ich cheater doch gar nicht! Was redest du? Nooil! Äh, warte mal! Was? Doch, du cheatest! Wo bist du bitte sehr? Hä? Äh, ich bin hier vorne! Guck mal! Ja, ey! Das ist so... Und ich bin auch... Junge, wie krass ist das, bitte sehr, so eine Wolke zu haben? Die ist so OP! Okay, halt dich von beweglichen Plattformen fern! Oh nein! Denkst du, hier fallen die Plattformen gleich so hintereinander nach unten? Äh, keine Ahnung, was hier gleich passieren wird! Ich bin hier alleine! Äh, wie? Du bist alleine... Was meinst du? Ich hab keine Ahnung, ich bin nicht auf der Web drauf! Du bist nicht auf der Web drauf, aber du bist doch immer im Spiel, steht da! Äh, ich komm einfach mal zu! Ich glaub, ich hab ein bisschen Buggy-Buggy mit dem Etterhaken gemacht! Oh man, was hast du für ein Problem, Samlaki! Wisst ihr was? Ich benutze diese Runde jetzt nicht die Wolke! Auf ernst, Freunde! Und wenn ich runterfalle, dann falle ich runter! 100%! Ich bin ein fairer Spieler! Und ich glaube, wir müssen uns noch was krass holen! Wie wär's mit so einem Schwert? Weil dann können wir Samlaki einfach aufschnitzen und dann wird der einfach nicht mehr in der Runde sein! Das wär lustig, oder nicht, Freunde? Das wär sowas von lustig! Naturschwert! Ey, das... Oh nein! Beide bewegen sich! Beide bewegen sich! Oh nein! Aber ich hab trotzdem gewonnen! Hey, ich hab trotzdem gewonnen! Ich war der Letzte, der noch übrig war! Du warst ja selber nicht mehr übrig, Samlaki! Hey, ich bin so ein Profi! Ja, abgebackt, Ugri! Nicht in die Lava fallen! Nicht in die Lava fallen! Okay, wir müssen einfach da vorne rein! Einfach da vorne rein! So, zack, zack, zack! Da hinten ist nämlich Lava, Freunde! Ich glaub, ich hab das richtig gesehen, aber ich bin mir nicht sicher! So, und jetzt einfach an den Sachen hier vorbei und... Ah! Okay, okay! So, ich geh ein bisschen zurück, vielleicht... Oh, was ist denn, Ugri? Das ist so knapp, ich sag dir ehrlich! Oh, nee! Ja, ja, wenn man sich nicht nach vorne rennt, dann wird man nämlich von diesem Teil nach hinten geschleudert, das ist ganz dann gar nicht gut, von diesem Laufband! Schaut euch das an! Ey, das ist so schwierig, Ugri! Das ist so schwierig! Willst du vielleicht einen Döner? Ein Döner? Nein, ich hab schon eine Pizza! Mjam, 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 mjam! Döner ist leckerer, Freunde! Döner oder Pizza? Schreibt's in die Kommentare! Ja, Freunde, schreibt's mal in die Kommentare! Döner oder Pizza? Wir lesen uns jeden Kommentar durch! Boah, das ist voll die Schwere! Ey, ich kann mich selber nicht entscheiden! Döner oder Pizza? Boah, Pizza ist auch so geil! Okay, schau, weil ich will hier so auf die Pusten springen! Das ist ja voll cool! Leute, du müsst hier eigentlich aufpassen, dass wir nicht in den Lager fallen und wir reden hier über Döner und Pizza! Aber schreibt mal in die Kommentare, was ist besser? Döner oder Pizza? Und das Laufband hat... Hä, das ist gestoppt? Ja, let's go! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Okay, lass uns direkt aber auf den Knopf drücken! Komm schon! Hehe! So, und ich würde sagen... Oh, Wassermelone gibt's ja auch, Freunde! Und Eis auch! Oh, Mann! Kann mich... Ey, Simlaki, hast du auf den Knopf gedrückt? Oh, nein, ist der... Äh, warte! Hä? Ja, hab ich auch! Wir sind alle draufgegangen! Das war ein Bug! Ich back mich runter, schau! Bam! Lol, was ein Bug, Junge! Kann ich mich auch mit meiner Wolke runterbacken? Ey, Simlaki, bist du jetzt drin im Spiel, oder was? Äh, warte, ich back mich doch mal runter! Ja, gleich bin ich im Spiel! Okay, ich versuch's mal auch! Und... Nee, es klappt nicht! Nee, okay, Leute, dann warten wir in die nächste Runde, weil irgendwie hat es... Oh, das war vollgekommen! Ich glaube, alle sind auf einmal gleichzeitig draufgegangen und es ging nicht mal mehr los! Also, das war echt ein komischer Knopf! Der... Wo man... Okay, aber keine Sorge, Freunde, diesmal drück ich drauf und mal schauen! Wenn ich draufgekommen, immer ein geiles Spiel! Finde das richtige Part! Ne, ne, das richtige Part! Schnau! Ah! Ich bin in die Luft geflogen! Dein Ernst? Ah, da vorne ist doch das richtige Pad! Du kannst immer respawnen! Du kannst immer respawnen! Ach so, okay, dann find ich das Richtige! Oh, nein! Das war echt nicht das Richtige! Was ist das Richtige? Zack! Oh, nein, was war das Richtige? Keine Ahnung! Hä? Die Bank ausrauben! Okay, wir sind irgendwie random in den nächsten und wir müssen die Bank ausrauben! Wie machen wir das denn? Okay, rein da! Okay! Ah! Jetzt sind wir in der Bank drin! Simlaki, nicht auf die Laser! Boah, ich bin so ein Profi! Steh rein! Ah! Du hast einen Haken im Bett drin, Simlaki! Bist du verrückt? Ah, ich verfolge dich jetzt, Okri! Okay, nicht in die Laser treten! Hier sind ganz, ganz viele Laser! Okri, du machst mir die Arbeit! Danke! Dein Ernst? Und was machst du jetzt, Simlaki? So, rüber da! Boom! In die Lack rein! Ich hab's geschafft, Diggi! Let's go! Let's go! Achso, ich muss jetzt nochmal raus! Okay, so, zack, 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 zack! Let's go, let's go, let's go! So, niemand kriegt mich keinen Laser! Oh, nein! Okay, warte, bis es aufgeht! Okay, nicht in den Ernst! Ja, hast du davon, Junge, dass du deinen Haken immer in den Kopf reinzickst? Also, Junge, das ist ja geil! Du bist ja krank, Simlaki! Aber ich hab den Bank ausgeraubt, ich bin der Beste! Gewinner ist Ucri! YouTube, Leute! Deshalb jetzt alle abonnieren, weil ich der Gewinner bin! Weißt du was? Wenn du nochmal wie so einen Haken in meinen Kopf rammst, ne? Dann raste ich aber aus! Das hat ein bisschen wehgetan! Mach jetzt nochmal, Ucri! Warte, beholen wir uns mal was mit den Coins hier, solange ich hier Gewinner bin und wir nix machen! Das ist ein bisschen langweilig, Mann! Was kann ich hier machen? Oh, kann ich mir sowas holen? Ich hab auch gewonnen, Ucri! Ich hab auch gewonnen! Schau! Easy peasy! Easy peasy! Ey, die sind ja voll schlecht, dass die so lange brauchen! Wissen wir was? Ich drück jetzt auf den Kopf gleich! Aber was kann ich für 220 Coins kaufen? Hm, nix! Oh, ein Knall! Okay, das kauf ich mir! Hey! Oh, ich hab noch nicht genug Coins! Nein! Was ist denn jetzt passiert? Lol! Mach dich bereit! Schneeballkampf! Let's go! Darauf hab ich gewartet! Schneeball... Oh! Ich hab sie einfach erledigt! Warte mal! Noch ein Hit! Noch ein Hit! Einmal treffen! Nimm das! Und ich glaub... Ah! Jetzt versteckt er sich einfach hier drin! Nein, nicht mit mir! Nicht mit mir! Hey, die versteckt sich hier drin! Ernsthaft? Man ist hier einfach unten... Lol! Aber den hol ich mir! Bam! Ich hab ihn geholt! Simlaki, wo bist du, hä? Äh, äh... Okay, ich bin nirgendwo und nirgendwo! Ich seh dich doch, Simlaki! Wo bist du, hä? Da oben, ja? Sag mal, wo ich bin! Du willst mich niemals finden! Haha! Und jetzt schnee mal auf den Kopf! Ey, dein Ernst! Warte mal! Ich nehm meine Wolke und jetzt... Zack! Schneeball! Oh, danke! Ich hab dich bekommen, oder? Ist mir egal! Ich back mich jetzt runter und werd's hier erledigen! Hä? Ich hab dich bekommen, Lipplaki! Let's go! Ich bin der Gewinner! Let's go! Verbleibt noch eine Person! Hey, wo ist die letzte Person, Simlaki? Kannst du mir das verraten? Äh... Da vorne verkehst du dich, ja, ne? Warum ist die so klein? Du kriegst sie! Du kriegst sie! Ach, sie ist weg gerade! Aber... Aber, Freunde, ich hab's fast geschafft! Und... Boom! Hey, ich will auch mal... Warum bekomm ich eigentlich keine Coins? Ich brauch Coins, damit ich mir was richtig Cooles kaufen kann! Denn, Freunde, ich will diese Pistole kaufen, um so lucky abzuschießen! Was hat der davon, dass er meinen Hack... Ey, ach so, okay! Fußball, alles klar, ich bin dabei! Fußball, let's go! Ich liebe Fußball! So, let's go! Wie unfair, okay! Nicht der Ernst! Ey, guck mal, ich hab die Wetter auf dem Kuss wieder weggeschossen! Team Blau! Ich bin sogar Team Blau und du Team Rot! Noch besser! Genauso wollte ich's haben! Ich werd' den Ball aufhalten! Guck mal! Zack, bap! Und... Boom! Ach, steil, da ne? Das wirst du nicht schaffen! Das wirst du nicht schaffen! Denn ich hab' meine Wolke, meine super schnelle Wolke! Und damit werd' ich den Ball aufhalten! Oh nein! Knappler kommt in unsere Seite! Wo ist der Ball? Hä? Niemand hat ein Tor gemacht! Das heißt, unentschieden! Also, unentschieden, okay! Schlechtes Wetter! Oh nein, Leute! Auffassen wegen dem Wetter! Pass auf, Simlaki! Nein, schlechtes Wetter! Oh nein, Okri! Alles gut, das Wetter kriegt mich nicht! Die Blitze kriegen mich nicht! Ja! Okay, das war knapp! Das sind Blitze, Okri, ganz knapp! Das war sehr, sehr knapp! Aber keine Sorge, Leute! Hier lang, hier lang, hier lang! Ah! Hehe! Okri, bist drauf gegangen! Ich bin wieder gespawnt! Ja, okay, aber guck mal, man ist einfach unsterblich, wenn man immer wieder spawnt! Und jetzt geh' ich einfach über das Gewitter! Haha! Lass' mal was tissen! Lass' mal was tissen, Mann! Lass' mal zu mir! Ich mach' endlich mal! Ich teste... ... gar nix! So, Lucky! Ey, mach doch, Okri, ist doch voll cool! Hallo! So, Lucky! Ich hab' einen Voice-Chater! Hallo! Ha- Hallo! Hehe! Ja, Leute, das musste sein! Das ist ja richtig lustig, dieser Voice-Chater! Der hat mich eben runtergeladen! Und jetzt müssen wir einfach als Dinosaurier hier rüberspringen! Ja, kein Problemo! Ey, ich bin jetzt schon runtergefallen! Ja, ich bin der Einzige, der noch überlegt hat! Guck mal, wie schnell das ist! Guck mal, wie schnell das ist! Let's gooooooo! Okri! Erdhaft! Okri, jetzt mach' mal Wolke und ich häng' mich an dich ran mit Enterhaken, ok? Oh, lass' uns das noch einmal austesten! Lass' uns das noch einmal austesten! Ja, hab' ich gesagt, Okri! Hab' ich doch gedacht, Okri! Und ich hab' 105 Coins, Let's go! Warte mal, eine Sache will ich noch ausprobieren! Eine Sache muss ich... Auf den, Döner! Jetzt, Wolke, schnell! Eine Sache muss ich auch unbedingt austesten, Freunde! Wartet, 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 so! Komm, was kann ich mir jetzt holen? Boah, ich kann mir jetzt diese Waffe holen! Let's go, let's go, let's go! Okri, setz' jetzt aus! Ja, ja, warte mal, ich test' jetzt aus, hier! Was, was, was denn? Nicht das! Hä? Was ist das denn? Ey, die kann nix, die Waffe! Ich dachte, mit der kann ich schießen! Hey! Okri, wolltest du dir grad etwa das Verbotene tun bei mir? Äh, nein, ich wollte dich überhaupt nicht abschießen! Die haltest du dir aber wohl verdient, Junge! Ostereier sammeln! Ja, Freunde, ich würd' sagen, ihr könnt selber Ostereier sammeln, denn wir haben kein Ostern! Was ist das denn für eine Aufgabe? Was ist das denn für eine Aufgabe? Was ist das denn für eine Aufgabe? Ja, komm, warte, ich warte, Seblaki, stell! Komm, hier, zack, ich hake mich eigentlich dran und... Ey, bleib stehen, Uri! Let's go! Okay, Freunde, viel Spaß beim Ostereier sammeln! Wir haben nämlich kein Oster, der ist einfach schwindig! Let's go! Ich lass dich runter! Freunde, falls ihr mehr Videos zu sehen wollt, abonniert zum Lack, ihr habt auch einen Kanal in Roblox! Wir machen richtig coole Roblox-Videos! Und ich würd' sagen, ansonsten, lasst Like da auf dem Video, abonniert den Kanal, damit wir irgendwann mal 100.000 Abonnenten knacken! Und jetzt drückt schnell auf die nächste Folge! Drückt schnell auf die nächste Folge! Bevor wir hier runterfallen, schnell drauf, drückt auf die nächste Folge, die ich hier vorne, Freunde, schnell! 3, 2, 1, los, tschüss!